Amen, dass die Abtreibung rauskommt. Ich sage alles, alles im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und zwar egal, ab welchem Monat abgetrieben wird. So. Das wissen wir alle. Es ist noch nicht alles gesagt. Du musst jetzt alles sagen. Und zwar, dass die Dinge, die Embryos, mich zur Anschauung Gottes gelangen. So. Hä? Ich sage die Wahrheit. Ja. Ich weiß nicht, ich muss aufsehen. Das heißt, bis Abend. Wo kommen die Embryos hin, die nicht gedacht sind? Nicht in die Welle. Nein. Wohin? Ja, die kommen noch. Ja, wohin? Doch noch. Wohin dann? Ach, das weiß man, kann ich nicht sagen. In den Himmel? Ja. Ja. Also doch. Ja, aber nicht so. Ja, aber nicht so. Vater der Lüge, sage die Wahrheit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, ja. Aber wir glauben das auch niemand. Sie können beginnlich sehen. Alleinal. Sage die ganze Wahrheit. Sage noch mehr. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So langs noch nicht. Nein, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen, sage die ganze Wahrheit. Ich bin der Verein der Lüge und Wahrheit sage ich nicht. Im Namen Jesu, im Namen Maria, befehle ich dir, sage die ganze Wahrheit, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Ja, das ist für die Scheißdingtramus, zum Beispiel. Zum Beispiel, wo man? Oh, Sie müssen als Priester herkennbar sein. Danke, Herr.